Hallo, ich begrüße Sie heute ganz herzlich bei den Haas Steuernachrichten nach der Sommerpause. Sie sehen im neuen Gewand. Ich muss nochmal bei dem Beitrag, der ist scheiße, Entschuldigung, ich muss nochmal 3.7 anfangen. Und dann bekommen wir mehr erstattet, also da beißt sich die Maus irgendwo in den Schwanz. Völlig Mist dieser Beitrag. Ähm, ich weile das, damit du dich auf die Schnauze legst, voll zu hören. Haupttext 2021. Hier ist Stefan Jung, meine Studentin in der Hochschule, sage ich, der Papa ist da. Das Ende war jetzt holprig. Na. Ja, nehme ich den Spatz in der Hand, sprich Neustarthilfe, oder die Taube in der Hand, die Überbrückungshilfe 3. Habe ich denn jetzt gemacht? Außer dem Europa rechtswidrig ist. Das waren jetzt nicht schon wieder die Outtakes, nein. Müssen Sie, kommt, tut mir leid, da bin ich zu unfähig für. Zwei Bier und zwei Korn jetzt noch. Ach, wie haben Sie das denn jetzt gemacht? Wenn die Regie bei Haas nicht schläft, das kommt sowieso in die Outtakes wahrscheinlich dann rein. So, gut, damit wäre ich schon auch am Ende meiner Fulltis. Sie haben gerade gesehen, ich habe noch rübergeklickt, ob da noch was kommt. Ah, da kommt ja gar nichts mehr. So, das war jetzt schon ein bisschen Spaß. Im Mai hat der Bundestag das Gesetz verabschiedet. Wir haben keinen Ton. Okay, das kennen wir schon. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Läuft jetzt ja? Ja, ja, läuft alles, alles gut. Es ist nur unser internes Internet, das Reben läuft, ohne Probleme. Sehr schön. Schönen guten Tag meine Damen und Herren, auch ich darf Sie begrüßen hier im Alpen. Das fängt schon mal gleich scheiße an. Macht aber gar nichts, ne? Lächeln. Ja, super. Ja, mit Aktion ist das doppelt für eine Blondini. Hat ist die Kamera die ganze Zeit angewiesen, sehr schön. Nidoy würde sagen, Hauptsache die Haare liegen. Warte noch mal kurz. Jetzt war ich gerade abgelenkt, weil ich mich so freue. Sie hören auch Stimmen, meine Damen und Herren? Wir sind da alle ein bisschen verrückt. Erwischt. Denn hierfür haben wir für Sie noch males Verkacken. Oh süß, jemand hat geschrieben, Frau Topje. Mit Herzchen. Kann ich da antworten? Gleich mal googeln. Toll, ich bin also eine von vielen für ihn, ja? Ich bin nicht so der reißerische Typ. Aber er schreibt bestimmt nicht zu jedem so ein Herzchen. Ja, ja, ist schon klar. Und ey, was für unnützend Kram. Scheinrichter. Alter, was war denn das für 14 Gramm? Willkommen zum Ostergeminar. Du konntest auch auflassen, mir ist scheißegal. Ameisenscheiße. Willkommen bei Haare. Passt ja. Drecksladen hier. Ah! Um einen Castellegen. Keık, Kram. Wir machen Stück Kram Kram. Wenn ihr euch bellen buzzer, spill. Willkommen bei Haare. Hase auf. Ihnen geht es auf bandwidth laserd counselor lean